Und der Herr sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Kreatur. Ferreira ist für uns verloren. Er hat Gott in den Schmutz getreten und ist vom Glauben abgefallen. Das ist nicht möglich. Pater Ferreira hat sein Leben riskiert, um unseren Glauben in Japan zu verbreiten. Mir scheint, dass unsere Aufgabe jetzt dringlicher ist als je zuvor. Wir müssen Pater Ferreira suchen. Ist es denn euer Beider-Herzenswunsch? Ja. Dann vertraue ich darauf, dass es Gottes Wille ist. Sobald ihr den Fuß in jenes Land setzt, seid ihr in großer Gefahr. Der Preis für deinen Traum ist ihr Leid. Es ist zu gefährlich. Wir haben um diese Aufgabe gebeten. Ich bete und bin doch verloren. Stößt mein Gebet nur auf Schweigen?